I. Umgekehrtes Fragezeichen Fußball Australia 16.1.2010 Selkkenzi Selkkenzi Prognose von 1 Viertel R. den Spieltag am 15.-17. 1. 2010 Autor de Selkkenzi Endresultat entstand Australia A-League Endresultat entstand Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar 1. die Prognosen von 1 Viertel R. den Endstand des kommenden Matches 2. die Prognosen von 1 Viertel R. den Halbzeitstand des kommenden Matches Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils von 1 Viertel R. das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match Beim Tippen oder Wetten von 1 Viertel sehen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Adelaide 2 zu 1 und von 1 Viertel R. Briesbane 1 zu 0, so gilt das immer aus Sicht des Teams Wenn dann die Spielpaarung heißen von 1 Viertel R. D. Adelaide gegen Briesbane von unbekanntes Zeichen R. zu tippen, Adelaide mit Tipp 2 zu 1 und 0 zu 1 Wie A mit Tilde 1 Viertel R. D. hier zum Beispiel die Spielpaarung Briesbane gegen Adelaide lauten, dann 1 Viertel S. D. der Tipp von 1 Viertel R. Briesbane lauten, 1 zu 0 oder 1 zu 2 Die nachfolgenden Prognosen von 1 Viertel R. Jedes einzelne Team und 1 Viertel S. D. sehen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden Hier nun die Prognose von 1 Viertel R. Das kommende Match von 1 Viertel R. Jedes einzelne Team Adelaide 1 zu 1 oder Tipp 0 Briesbane 2 zu 2 oder Tipp 0 Zentral Coast 0 zu 1 oder Tipp 2 Gold Coast 2 zu 1 Oder Tipp 1 Melbourne 1 zu 1 oder Tipp 0 Newcastle 3 zu 1 oder Tipp 1 Bert 0 zu 0 oder Tipp 0 Queensland 1 zu 2 oder Tipp 2 Sydney 1 zu 0 oder Tipp 1 Wellington 1 zu 1 oder Tipp 0 Als letzter Spieltag wurde bei diesem Endresultat entstand Prognosenbehrung ein Viertel Xichtig der 0 9. 0 1. 10 und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat entstand zuletzt am 0 9. 0 1. 10 gespielt haben Adelaide 1 zu 1 Briesbane 1 zu 3 Zentral Coast 1 zu 1 Gold Coast 1 zu 1 Melbourne 2 zu 3 Newcastle 3 zu 2 Bert 0 zu 0 Queensland 1 zu 1 Sydney 0 zu 0 Wellington 3 zu 1 Halbzeit Schrägstrich Halbzeitstand Australia Alic Halbzeit Schrägstrich Halbzeitstand hier nun die Prognose von 1 Viertel R das kommende Match von 1 Viertel R jedes einzelne Team Halbzeit Schrägstrich Halbzeitstand Adelaide 0 zu 1 oder Tipp 2 Briesbane 2 zu 2 oder Tipp 0 Zentral Coast 0 zu 1 oder Tipp 2 Gold Coast 2 zu 1 oder Tipp 1 Melbourne 1 zu 1 oder Tipp 0 Newcastle 2 zu 1 oder Tipp 1 Asperd 0 zu 0 oder Tipp 0 Queensland 1 zu 2 oder Tipp 2 Sydney 1 zu 0 oder Tipp 1 Wellington 1 zu 1 oder Tipp 0 als letzter Spieltag wurde bei diesem Halbzeit Schrägstrich Halbzeitstand Prognosenbehrung ein Viertel Xichtig der 0 9. 0 1. 10 und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit Schrägstrich Halbzeitstand zuletzt am 0 9. 0 1. 10 und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit Schrägstrich Halbzeitstand zuletzt am 0 9. 0 1. 10 gespielt haben Adelaide 1 zu 0 Briesbane 0 zu 1 Zentral Coast 1 zu 1 Gold Coast 0 zu 1 Melbourne 1 zu 2 Newcastle 2 zu 1 Perth 0 zu 0 Queensland 1 zu 1 Sudnil 0 zu 0 Wellington 1 zu 0 0 0 0 1. 0 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.